Seid mir gegrüßt, edle Damen und Herren und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Kingdom Come Deliverance. Ich habe, mein Gamepad brauche ich, ich habe ein bisschen Kräuter gesammelt. Wo habe ich denn? Ach hier, Salbei. 151 Portionen Salbei habe ich. Und das coole ist aber, das war falsch, dass ich jetzt dadurch eine Kräuterkunde auf Stufe 6 habe und Blumenkind freigeschaltet habe. Also wenn man genügend wohlriechende Kräuter im Inventar hat, erhält man einen Bonus von zwei Punkten auf Charisma. Richtig geile Sache. So und wir holen jetzt das Bier aus der Kneipe für den Vater. Dann gehen wir nach Hause und essen was. Und da können wir natürlich auch unseren Schatz Bianca besuchen. So, mal sehen. Das hier scheint, das ist vielleicht sogar Bianca. Ja, das ist Bianca. Unterbrechen wir sie einfach mal bei der Arbeit. Äh, du natürlich. Oh, der Deutsche redet Bockmest. Interessiert sie wahrscheinlich gar nicht, oder? Ja. So, hier. Als wenn die hier warmes Bier servieren würden. Ich bitte euch. - Ich bin ja. Drei. Wie. Drei. Du kannst meinst mir zurück this evening. Drei. Drei. Hier Lawrence. Und ich hab. Drei. Ich versuche dich noch etwas. Drei. During. Drei. Oh, um, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Vanya? Huh. See you this evening. Hal, I've got something special for you. Is that safe? Now what would that be? Your favorite? Savior Schnaps. Really? You're an Angel? Ja, wir können speichern. I hope you'll thank me properly later. You bet I will. Dreimal sogar. Das Spiel speichert von Zeit zu Zeit automatisch, zum Beispiel an wichtigen Stellen von Quests. Wenn du schläfst und wenn du das Spiel verlässt, und wenn du das Spiel verlässt, das ist neu. Wenn du das Spiel manuell speichern willst, musst du Retterschnapps zu dir nehmen. Das ist jedoch ein stark alkoholisches Gefängnis. Du kannst... So, ich wollte nochmal mit Bianca reden. Hat sie eigentlich irgendwas Interessantes? Bier billiger Wein und Brezel. Das Leben im Wirtshaus, ein Fertigkeitenbuch zum Thema Trinken und Trunksucht, kostet 38. Kann ich mir gerade nicht leisten. Würde ich mir aber gerne leisten können. Vielleicht gehe ich einfach ein paar Kräuter verkaufen oder so. Oder Retterschnapps. Ich meine, wenn ich tatsächlich speichern könnte, wenn ich das Spiel verlasse, wie teuer war das Ding? Keine Ahnung, ich verkaufe erstmal nur eins. Ich mache das mit der Maus. Das ist mir gerade zu umständlich. 38 und ich bekomme 47. Alles klar. So, schmeißen wir das in den Warenkorb. Feitschen wir mit Bianca? Ne, ne? Obwohl, so ein bisschen feitschen können wir eigentlich. Die ist uns sehr zugeneigt, die Gute. So, ich würde gerne 10% rausholen. Äh, wieso geht das hier höher? Achso, weil wir Geld rausbekommen. So, ich versuche mal 9,5 hier irgendwie. Oh. Kannst du das Buch öffnen und versuchen, die Glyphen zu entziffern, aber letztendlich wirst du jemanden aufsuchen müssen, der dir zumindest die Grundlagen des Lesens beibringen kann. Wer weiß, womöglich stellt sich die Kunst des Lesens als wertvolle Informations- und Wissensquelle heraus. Ja, wir können natürlich nicht lesen. Ähm, klarer Fall. Also gucken wir ins Inventar. Ähm, wie kann ich das denn lesen? Ah, okay. Mittwochs bin ich in Dreischenk zur Waldwiese und Donnerstags kehre ich dort wieder ein. Okay, kann ich damit lernen? Frödel nicht, du darfst keine Zeit verlieren. Okay, wir haben keine Zeit zum Lernen. Das ist natürlich sehr schade. Aber klar, der Vater wartet auf sein Bier. Ähm, trinken lernen wir also irgendwann später. Ja, das sehe ich da unten. Der gelbe Balken geht jetzt auch schon ein bisschen runter. Wir bringen dem Vater erst ein Bier und dann werden wir uns um was zu essen kümmern. Die Mutter hat ja gekocht vorhin. Ist ja alles gut. So, ich habe alle Sachen, die du möchtest. About time. Have you got everything I wanted? Yes, sir. I have charcoal, the hilt and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Look at that, lad. Well, that's what I call craftsmanship. What is he in scripture? Good house. Damned if I know. It doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. Have you got the charcoal? Good. Then fire up the forge. We'll put it all together. By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. Maybe. He was here with the catchpole earlier and it was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologise to him. I have a trade to run. The German pays well and having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. And we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught making a fool of himself when he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish and water. You turn into a common thug. You might win a fight with violence but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong try using your mouth and not your fists. The furnace is ready. Right, we'll do the grip. I'll heat it up and when I take it out you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Do it. So what hast du also gemacht. Interessant. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague and a score of castles had a bridge made over the Moldau and founded a university and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once a thousand years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father but Sigismund he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here and we'll put it all together. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you Teresa. They're ready. Will you fetch them for me Hal? They're in the trunk in the living room. Ich hab die schon längst. So, aber das ist natürlich eine hervorragende Ausrede um kurz reinzugehen und was zu essen. Nein. Im eigenen Haus verlaufen. Verdammt. So, ich würde sagen wir naschen einfach was aus dem Topf. Das sollte erstmal unseren Hunger stillen, hoffe ich. Wo haben wir es denn? Sättigung 74. Da können wir noch eine kleine Portion essen. Achso, ich kann nichts mehr. Ich hab den leer gegessen. Henry, was do you need, son? Ich hab Hunger. Nee, alles gut. Ich könnte ja auch die Vorratskammer plündern. es geht Richtung . Das wird do. Sie hat voll hübsche grüne Augen, ähm, und andere hübsche, aber kleine, scheinbar. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. Oh. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. If it just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work. Very fine. A sword such as this will bring honour to its bearer. What say you say, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. They certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. It's been an honour, Sir Isman. Have a safe journey to Sassau. The honour is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. Nach Sassau also. Aha. A long peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it, like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green in the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. Talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Scalitz, here, beneath the linden tree, and by your mother's side. Who say do I, one day? But first I'd like to see the worlds. Meet new people. Meet them, or beat them. Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. Oh. That's someone ehrlich. A messenger. He was in a hurry. What's happened? He was in a hurry. 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 Dabei wollte ich doch gerade noch mein Vater ausquetschen. Deine Mutter ist in der Stadt. Ich werde sie hinter dir holen. Ich gehe mit dir. Nein! Du machst das, was ich jetzt sage. Gib uns den Schwert ein Rettel. Wenn etwas passiert, wird er sich umgekehrt. Er hat mich. Hälter einmal. Wir sovereignen die Garten. Da müssen wir auf der Radzieher landen. Hälter einmal. Hälter einmal. Hälter einmal. Harry, der Gott. Zuck mal. Wir müssen uns nach der Sprechung an den Garten zu öffnen. Hälter einmal. Hälter einmal. Wir müssen uns umsetzen. Wundern. Ich habe mich nicht verliebt. Sind Sie schuld? Sie können nicht auf das Wasser gehen! Geh durch, Yanks! Unser Vater ist ein brillanter Schwertkämpfer. Was ist da los? Unser neuer Erzfeind. Unser Erzfeind. Geht, Held! Du kannst es noch nicht machen. Run! Find a horse! Ride Talburg! Tell them what's coming! Run by the moats! There's a path down there! Jump down from the wall and flee! Hey! Run by the moats! Run by the moats! Run by the moats! Run by the moats! Ja, puh! Das wars für heute Jungs und Mädels! krasser Scheiß auf jeden Fall wir haben erfahren, unser Vater der ist ein absolut guter Schwertkämpfer ein brillanter Schwertschmied, der aus Prag wegen irgendwas gegangen ist, um sich hier in Skarlitz niederzulassen und kein krass bekannter, berühmter Schmied mehr zu sein und außerdem wurde Skarlitz gerade angegriffen von einem uns noch unbekannten her der Sache werden wir beim nächsten Mal mal auf den Grund gehen wenn wir nach Thallenberg fliehen für heute war es das auf jeden Fall ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid macht's gut und bis dann, gehabt euch wohl